Joa, machen wir es so. Achso, und natürlich ein bisschen Marketing nochmal betreiben. Wir können noch Great Campaign. Small Campaign. Starten wir ruhig mal. 500.000 nochmal rein investiert. Hoffen wir, dass es ordentlicher Erfolg wird. 20.500.000 umsonst. Okay. Open World. Gameplay? Nee, World Design müssen wir ein bisschen runter. So, Maximum. Mehr geht nicht. Action, Sound. Vielleicht ist deswegen die Simulation so blöd gewesen. Ich weiß nicht. Lauren. Hier rein. Das. Clinton. Arbeitet immer noch zu viel laut Angaben. Day Night Zyklus weg. Dann können wir ein bisschen im World Design rein pushen. Clinton arbeitet immer noch so viel. Clinton darf gar nichts mehr arbeiten. So, Clinton hat jetzt genug gearbeitet. Tüsseler muss ein bisschen mehr arbeiten. Okay. Oder machen wir das weg? Open World. Racing Action? Nee, drei Night Zyklus. So. Monosound. Kann wir eh nichts weiter machen. Die ist auch released. Hype fast von 100. Krass. Small Campaign und so. So, wir haben acht Spiele total für den Gambling rausgebracht. Und ähm... 14,5 Millionen haben wir durchbekommen. Und Game 33 heißt das. Verdammt immer wieder diese Spiele, die mir nicht keinen Namen geben können. New Combo. Good Management. Racing Action. Kein Great Combo. Wahrscheinlich werden wir das beide noch haben. Aber wir haben beide Beine noch schon mal besser gehabt. Okay. Release Spiel. Realistic Ward. A better. So. Und ab im Urlaub mit dir. Eieiei. Haha. Gott. Uns inspiriert. An seinen Momente. Oh Gott. 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 4,5. Oh. Das geht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Da verlieren wir Fans. Okay. Wir sind nicht mal irgendwie in Top noch was. Gut. Develop New Game. Develop New Game. Develop Sequel. Oh Gott. Racing Action. So schlecht abgeschnitten. Phantasy. Phantasy RPG. Ähm. 26.000 Fans. 16 Fans. Ja. Hier ist Sequel. Fantasy RPG. Jawohl. Wollte mal gucken. 16,1. 15,7. 15. 15. 14,9. Müssen wir langsam überlegen. Ob wir mal wieder hier was investieren. Vielleicht auch nicht so schlecht sein. Ah. Wir bleiben auf der Play System 2. So. Hyper Engine 3. E for everyone. Ehm. Game with name. 2. Eieiei. Eieiei. Dass wir dann so schlecht abgeschnitten sind. Das ist nicht gut. Ich würd sogar sagen. Wir nehmen die. Beste Sache hier. Obwohl. Nee. Wir müssen das erforschen noch. Weiß gar nicht warum das so schlecht war. Nicht gut. Dadurch haben wir natürlich Fans verloren. Ob wir über 100.000 Sachen verkauft haben. Warum haben wir Story Quest so gering? Kein Wunder. Achso. Nee. RPG müssen wir natürlich so. Die Engine. Bisschen runter. Hier. Mod Support. Weg damit. Gameplay. Wichtig. Okay. Rein. Clinton. So. Loren. Mal kurz gucken. Game History. Racing Action hat sich trotzdem schon mit Pluswerten. ab. Obwohl wir eine Small-Marketing-Campaining starten hatten und das alles. Willen ja trotzdem Fans da durch. Auch wenn wir immer Geld dadurch bekommen. Momentan noch. Ähm. Dialoge. rpg. Natürlich. Dialoge. Hochintelligenz. Bisschen sehr runter. Und die Thysler. Äh. Try. Lisa. Clinton bleibt da. Loren. So. Du bist da ganz gut drin aufgehoben. Okay. Und los. So. Und. World Design. Grafik. Sound. Ein bisschen runter. Auf jeden Fall. Bauen wir beides noch rein. So. Ein bisschen weiter runter. Okay. World Design. Guck mal. Fast. Ähm. Die hatten mich schon fast zu viel. Die Loren. Clinton hat ein bisschen zu wenig zu tun. So. Ist gut. Ich denke mal. Das wird auch gar nicht mehr so schlecht werden. Und dann. Okay. Ja. Dadurch wahrscheinlich nicht. Weil das letzte Spiel nicht so gut lief. Obwohl das hier ein Sequel ist. Dann sollte der Hype schon genug generieren. Aber wir haben nicht so viel Hype wie gehofft. So. Medium Booth. So. 1,6 Millionen haben wir trotzdem. Verbaue. Bekommen dadurch. Und noch. Packen wir es nochmal weg hier. New Record. Oh Gott. Die werden langsam teuer. So. Und. Research. New Topic. Ninja Hunting. Ninja. So. Game Review. So. Ja. 18 war nicht schlecht. Ich hoffe wir haben. Sequel haben wir doch genommen oder? Müsste sein. Ja. Eine 7,25. Wer hat ein besserer Spieler in letzter Zeit eigentlich produziert aber. Na. Werden wir wenigstens ein paar Fans nochmal dazu bekommen. Ich habe eigentlich gehofft wir bekommen bis zu den Spielen. schon ein neues Spiel was wir da machen. Bisschen was rein. Geht. Ah. Das wird vielleicht hier nochmal ein bisschen ordentlich was verkauft. Rang 24. Ninja ist neu. Da. Develop new game. Was wäre das? Pick up Topic. Neu. 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 gut wir machen den mod support wie war das gewesen story crest runter gameplay engine hoch gameplay richtig schon hoch den mod support können wir dadurch reinhauen wieder ich liebe wenn wir sowas bekommen schon wieder so ein produzierter hype gucken ob game with name sich noch mal auf 100.000 verkauft action wir haben a i level diese dialog runter level design hoch ein bisschen a i so trissler 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 ja hier drei lisa ich weiß so und die laurel macht hier mal so natürlich marketing die kleine kampagne mal kurz gucken 500.000 werden wir wahrscheinlich nicht schaffen aber wenigstens haben wir trotzdem 1,7 profit gemacht ich habe gedacht das ist ja noch krass wir haben 4,5 und haben trotzdem 378 profit gemacht aber das ist natürlich nicht ganz so das richtige so immer grafik hoch und sound und wer brauche am wenigsten das ist hier trissler die lauren ich komme noch nicht ganz klar jetzt so world design ich glaube das wird damit nicht die beste was wir da haben aber wenigstens haben wir jetzt alles ja hoffen wir das beste ich bin mal gespannt auf die wertung glaubt die wird nicht so prickelnd aber wenigstens war das auf 100 prozent und alle sachen so hype 100 yes na 300.000 kriegen wir das noch hin will knapp weg aber es verkauft sie extrem lange das hat sogar jetzt rang dadurch bekommen auch so reicht bevor noch ein bug reingebordet zählt new record new topic new combo great combo war und grail gut management wir wieder ordentlich research points und ich hoffe jetzt kann man noch mal ein bisschen was erforschen release game so der aktive story more rootex so vegetation so zeig mir mal ein wenigstens 6 komm ich bin 80 und du der gibt mir doch auch noch 7 ok games history 6,75 gibt schon mal schlimmeres so ich will mal was machen und zwar so du sollst erst mal wieder zurückkommen da ist sie contract work ja wir wissen wie contract work funktioniert vier wochen ja ich glaube das kriegen wir eh am schnellsten hin schnell gemacht leute oder hier schnell gemachte arbeit bekommen wir auch noch ein paar research points kratzt euch nicht im kopf haut das raus hier dieses stoff so contract work was haben wir da nochmal für 61.000 komm hier nochmal nochmal das so wieder großer erfolg und dadurch können wir jetzt mal auch mal ein bisschen training starten das würde ich auch noch mal machen wir haben nicht noch genug geld dass ich sagen kann ja mach mal ruhig so so don't repeat yourself ein bisschen schneller